Weißt du wie ein perfektes Wort bietet? Nein! Wenn ich komm, es sind Bitches obenrum frei Doch das nicht nur wegen der geilen Strophen und Lines Sondern, weil wir nebenbei noch Drogen verteilen Wir sind Rapstars, da ist man so wie so high Alter, so ist der Style, den ihr schwach machten Ich pack Bitch, was? Ghost, Phone, Tech, klatschen dich Spaß Ah, ich ahn den ganzen Scheiße hier Mein Flow ist noch ein Wunder Tausend Lines im Kopf gebunkert Könnten schon längst ab sein, aber haben trotzdem Hunger Hau dich von den Socken, Junge Oh mein Gott, bin ich klar, mein Flow ist so nice Dank ihm geht die Welt jetzt doch nicht unter Warte auf bessere Zeiten Rapper, die schreiten 16er-Scheiben, die ausgelutscht wie vor einem Pups sind Und dann noch mit hässlichen Styles versuchen, Rapper zu sein Setze ich gleich mit Peinlichen 16-Jährigen Scheiß-Kids Ich kann nicht rappen, bin ein hässlicher Kiffer Ey, deine Snapback macht dich auch nicht zum besseren Splitter Du willst ne Message verbreiten Doch deine Technik ist leider Wie Code und Shit, letztendlich Scheiße Dich sollte man einsperren, ideal wäre lebenslänglich Warum? Wegen deiner minimalen Penislänge Manchmal glaub ich, ich red Gegenwände Du bist wie der letzte Buchstabe von Fake Du bist eh am Ende Du bist eh am Ende Wirenti, deine Nacht Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020